In Grafenegg ist das Tolle, dass von Kategorie 1 bis zum Rasenplatz wirklich alle willkommen sind. Also ganz gleich, ob ich jetzt in Abendrobe oder in der Jeans komme, Grafenegg ist einfach für alle offen und das macht das Feeling vom Konzert in Grafenegg so besonders. Die Zusammengehörigkeit, das Gefühl, dass man eine Gemeinschaft ist. Es ist schön, davon ein kleiner Teil zu sein und irgendwie ein bisschen was zurückzugeben. Die lockere Atmosphäre ist schon einzigartig. Die Verbindung zwischen international renommierten Weltklasse-Künstlern, die Nähe zu den Förderern, die Herzlichkeit, mit der man hier aufgenommen wird und die Kulinarik, die das Ganze hervorragend unterstreicht, ist eine einzigartige Gegebenheit. Untertitelung des ZDF, 2020 wurde in Vielen Dank.